Ihr erinnert euch vielleicht, mit einigen Anbietern von E-Mail-Apps hatten wir hier noch ein Hühnchen zu rupfen. Wenn ihr sicher sein wollt, dass eure Mail-App eure Post nicht heimlich an fremde Firmen schickt, dann seid ihr nicht verloren, denn ihr habt ja hergefunden. Ich bin Inga von Mobilsicher und ja, wenn ihr uns schon länger guckt, dann wisst ihr, wir haben hier vor ungefähr einem Jahr schon mal über Mail-Apps gesprochen und da kamen ganz viele Rückfragen und auch App-Testwünsche. Deswegen habe ich mich noch mal genauer reingearbeitet. Wir können also heute noch mal tiefer einsteigen und ich kann euch ganz genau sagen, welche Apps sich lohnen und welche nicht. Für alle, die ganz neu im Thema sind, was macht denn so ein E-Mail-Client fürs Handy überhaupt? Ihr bindet da eine E-Mail-Adresse ein, die es schon gibt, also vielleicht habt ihr eine Adresse bei gmx- oder mailbox.org, die bindet ihr in diese App ein und dann holt sich die App eure E-Mails aus dem Internet, aus dem Postfach ab. Die App ist also quasi ein Briefkasten fürs Handy. Das ist ziemlich praktisch, denn wenn eine neue Nachricht reinkommt, kriegt ihr direkt eine Push-Nachricht und natürlich könnt ihr von da aus auch E-Mails verfassen und versenden. Aber prinzipiell ist so eine App eben sehr viel komfortabler, als wenn man sich irgendwie ins E-Mail-Postfach einloggt über den Browser am Handy. Prinzipiell geht dieses Verfahren, also dass die App sich die E-Mails aus dem Postfach holt und euch die darstellt, sehr datenschutzfreundlich. Und deswegen mag ich das Thema auch so, wir haben nämlich da richtig tolle Testsieger. Wenn euch die interessieren, könnt ihr direkt an die richtige Stelle springen, den Timecode findet ihr in der Info. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Apps, die super, super dreist sind. Die holen sich nämlich eure kompletten E-Mail-Inhalte aus dem Postfach und schicken die an ihre Herstellerfirma. Also die Firmen hinter diesen E-Mail-Apps kriegen dann Zugriff auf eure kompletten Mails. Das darf so natürlich überhaupt nicht sein. Da sagen wir gleich noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt noch ganz kurz, falls einigen von euch vielleicht der Unterschied zwischen einem E-Mail-Dienst und einer E-Mail-App nicht so hundertprozentig klar ist. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das habe ich euch unten drunter verlinkt. Jetzt aber erstmal zu unseren getesteten Apps. Mail.ru Mehr als 50 Millionen Downloads bei Google Play, 4,6 Sterne. MyMail Mehr als 10 Millionen Downloads, 4,5 Sterne. E-Mail für Outlook und andere Mehr als 10 Millionen Downloads, 4,2 Sterne. Spark E-Mail Mehr als eine Million Downloads, 4,6 Sterne. Samsung E-Mail Mehr als eine Milliarde Downloads, 4,5 Sterne. K9 Mail Mehr als 5 Millionen Downloads, 3,9 Sterne. Fair E-Mail Mehr als 100.000 Downloads, 4,8 Sterne. Und Pep Mail Mehr als 10.000 Downloads, 3,7 Sterne. Das sind die Apps, die wir diese Woche nochmal ganz frisch getestet haben. Samsung Mail hat übrigens deswegen eine Milliarde Downloads, weil das einfach eine App ist, die auf vielen Geräten schon vorinstalliert ist. Und natürlich haben wir wie immer noch viel mehr Apps getestet. Also eure Lieblings-Mail-App ist mit einer ganz guten Chance auch dabei. Und alle Testberichte findet ihr wie immer unter appcheck.mobilsicher.de Wenn ihr uns schon länger guckt, dann habt ihr gemerkt, dass unter den 8 Apps, die ich euch gerade gezeigt habe, 3 dabei sind, die wir hier öfter erwähnen. Deswegen rede ich hier mal gar nicht mehr viel länger um heißen Brei herum. Wir fangen heute mal an mit den Testsiegern. K9 Mail ist so die schlichteste von den dreien. Also sehr schlicht und funktional und die hat auch überhaupt gar keinen zusätzlichen Schnickschnack. Fair E-Mail kann ein bisschen mehr. Also zum Beispiel warnt die auch vor unsicheren Links, die App. Und in der Pro-Version kann die dann noch ein bisschen mehr. Pep Mail wird angeboten von so einer Stiftung, die Verschlüsselung im Alltag eigentlich vereinfachen will. Und deswegen kommt die mit einer integrierten Funktion zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die muss man aber nicht nutzen. Man kann die App auch einfach ganz normal als Mail-Client verwenden. Dann funktioniert sie auch sehr gut und meiner Meinung nach sieht sie auch ziemlich schick aus. Falls euch der Punkt Verschlüsselung interessiert, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf dem Handy bei E-Mails, das geht bei K9 Mail und Fair E-Mail übrigens auch. Och, da braucht ihr dann aber eine zusätzliche App und die heißt Open Keychain. Ja, welche Regeln diese drei Apps einhalten, um wirklich privatsphärefreundlich zu sein und wie andere Apps gegen diese Regeln aber auch verstoßen können, das klären wir jetzt in der Nerd-Info. Um zu verstehen, an welcher Stelle das mit den E-Mail-Apps jetzt eigentlich so heikel wird, ist es natürlich gut, wenn man so ein bisschen durchgestiegen ist, wie die Dinger eigentlich funktionieren. Wie genau holt so eine E-Mail-App denn jetzt eigentlich eure Mails ab? Das ist im Prinzip sehr einfach. Also eine App mit Internetzugang kann sich ja erstmal überall hin verbinden, also kann sich auch eine E-Mail-App sehr leicht mit eurem Postfach verbinden. Und damit dann eure E-Mails auch da abgeholt werden können, müsst ihr in die App eure E-Mail-Adresse und euer Passwort eingeben. Es gibt aber standardisierte Verfahren im Hintergrund, die sicherstellen, dass dabei der App-Anbieter diese Login-Daten nicht bekommt. Also die bekommt niemand, die bleiben bei euch, beziehungsweise damit könnt ihr und die App sich nur bei dem E-Mail-Dienst anmelden und sonst landen die nirgendwo. Also seriöse App-Anbieter würden diese Daten niemals auslesen und dann irgendwen weitergeben. Das ist für die Diensterbringung auch überhaupt nicht notwendig. So, jetzt zu unseren Testergebnissen und damit zu dem fetten Problem. Es gibt eine Reihe von App-Anbietern, die sich nicht für zweifändig daran halten, dass man eben sehr privatsphärefreundlich die E-Mails abholen kann. Und was sie stattdessen tun ist, sie loggen sich in euer Postfach ein, nehmen sich die kompletten Mail-Inhalte, manchmal auch euer Passwort und die Informationen, mit wem ihr so Mails schreibt und das alles nehmen sie mit und speichern das in ihre eigene Cloud. Ja, dass das super, mega, krass frech ist, muss ich ja nicht dazu sagen, aber es ist super, mega, krass frech. Man könnte auch sagen, es ist Die Apps, die das machen, heißen Mail.ru, MyMail und E-Mail für Outlook und andere. Es gibt außerdem noch vier weitere Apps, die das tun. Die haben alle so etwas kryptische Namen, aber die haben wir natürlich trotzdem getestet und aufgelistet und die Namen findet ihr in der Info. Insgesamt also sieben Apps, die die kompletten Daten sich einfach unter den Nagel reißen und selber auch auslesen und auswerten können. Und wie immer seht ihr von diesem Datenabgriff in der App selber natürlich überhaupt nichts. Wer hinter diesen übergriffigen Apps dahinter steckt, dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr im Kassensturz. Wir hatten jetzt drei Testsieger und drei Testverlierer und da bleiben noch zwei übrig und zwar Samsung Mail und Spark E-Mail. Ja, die liegen so ein bisschen im Mittelfeld und zwar lassen die die Finger von euren E-Mail-Inhalten, das haben wir uns angeguckt, also da könnt ihr sicher sein, dass die nicht mitlesen, wenn ihr sie nutzt. Allerdings binden die Tracker ein und zwar ist es bei Samsung Mail der Facebook-Analyse-Dienst und Flurry, das ist ein Dienst von Yahoo, die bekommen also Nutzerdaten und die Werbe-ID und dieselben Daten gehen im Fall von Spark E-Mail an Microsoft. Ja, soweit so gut und jetzt kommen wir mal zu den Geschäftsmodellen. Die drei übergriffigen Apps, also Mail.ru, MyMail und E-Mail für Outlook und andere binden zunächst mal Werbung ein. Und außerdem verbirgt sich hinter den Anbietern dieser Apps auch so ein Unternehmensgeflecht, was man auf den ersten Blick nicht sehen kann. Mail.ru wird angeboten von der Mail.ru Group. Das ist eine russische Investmentfirma, die bei vielen großen und auch bekannten IT-Firmen irgendwie sich eingekauft hat im Laufe der Jahre. Ich finde es nicht ganz einfach, das ganz genau nachzuvollziehen, aber wenn es euch interessiert, guckt euch einfach mal den Wikipedia-Artikel an von Mail.ru, da bekommt man, finde ich, einen ganz guten Überblick. Ja, und die Mail.ru Group ist deswegen wichtig, weil die nämlich, wie sich herausstellt, auch die Besitzerin der MyCom BV ist, die MyMail anbietet. Also diese niederländische Tochtergesellschaft ist komplett im Besitz von Mail.ru. Also ist schon mal klar, die beiden gehören auch offiziell zusammen. Und es geht noch weiter. Die App E-Mail für Outlook und andere, die wird angeboten von der Crackpark Ltd. Das ist eine Firma mit Sitz auf den britischen Jungfereninseln. Und diese Ltd. bietet auch noch vier weitere Apps an. Also die Namen könnt ihr, wie gesagt, unten drunter nochmal nachlesen. Deswegen, ich habe die eine App jetzt hier so als Stellvertreterin vorgeholt. Und dass die auch zur Mail.ru Group irgendwie dazugehört, das kann man eben nicht sehen. Das kann man nur dann sehen, wenn man, so wie wir, den Datenverkehr analysiert, dann sieht man nämlich, dass die Apps der Crackpark Ltd. allesamt die Serverinfrastruktur von der mycom.bv benutzen, also der Anbieterin der App MyMail, die ja Mail.ru gehört. In letzter Konsequenz hat die Mail.ru Group, also Zugriff auf die komplette E-Mail-Kommunikation, die Nutzerinnen und Nutzer mithilfe von einer dieser insgesamt sieben Apps abwickeln. Keine der Apps informiert beim Anmeldeprozess irgendwie darüber, dass Kommunikationsdaten ausgelesen und weitergegeben werden. Und auch in den Datenschutzerklärungen findet man nicht viel dazu. Die Crackpark Ltd., die ja fünf Apps anbietet, hat überhaupt keine Datenschutzerklärung. Die Mail.ru App bietet schon eine, allerdings nur auf Russisch, obwohl ja die App auch auf Deutsch im Google Play Store angeboten wird. Und ja, die App MyMail von der niederländischen mycom.bv hat eine Datenschutzerklärung und geht darin sogar darauf ein, dass E-Mail-Inhalte ausgelesen werden und begründet das aber so ganz nonchalant mit, das sei berechtigtes Interesse und Diensterfüllung. Also dafür sei das notwendig. Und das ist natürlich völliger Quatsch, weil wir wissen ja inzwischen, dass es auch durchaus ohne geht. Also wenn das legal ist, würde mich das sehr wundern. Jetzt aber nochmal zurück zum Geldverdienen. Wie sieht es denn bei den Testsiegern aus? Bei Cr9-Mail und CrE-Mail ist es recht übersichtlich. Die werden nämlich ehrenamtlich betrieben. Cr9-Mail schon seit Jahren von einer Gruppe von Entwicklerinnen und Entwicklern, CrE-Mail von einer einzelnen Person. Cr9-Mail hat gerade eine Crowdsourcing-Aktion laufen, um die App mal wieder ganz auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist also eine gute Gelegenheit, da Geld zu spenden. Bei Cr9-Mail hat der Entwickler Marcel Bockhorst schon auch eine Pro-Version eingebaut. Also ihr könnt direkt für die App bezahlen, wenn ihr möchtet. Allerdings weiß ich aus dem persönlichen Kontakt mit ihm, dass das nicht so besonders viel reinbringt und das einfach daran liegt, dass man die App so schwer findet. Die ist nämlich sehr, sehr weit unten gerankt im Google Play Store und da kann man auch nicht so richtig was dran machen als Entwickler. Insofern ist es hauptsächlich immer noch ein ehrenamtliches Projekt und auch ihm kann man Geld spenden. Der dritte Testsieger, Pepp-Mail, wird betrieben von einer Stiftung und einer Firma. Die Firma bietet auch Unternehmenslösungen an und die App hat früher Geld gekostet, ist inzwischen aber kostenlos. Ja, Samsung Mail kann man sich schon denken, gehört zu Samsung. Da steckt trotzdem Werbung drin, aber natürlich kann so eine große Firma so eine App auch quer subventionieren. Und ja, Spark Mail ist auch Teil von einer Firma, die noch andere Sachen anbietet und die haben auch kostenpflichtige Apps und Produkte. Spark Mail ist im Moment zumindest kostenlos. Als wir hier das letzte Mal über E-Mail-Apps gesprochen haben, habt ihr auch nach anderen Hersteller-Apps gefragt, also wie der Mail-App von Samsung zum Beispiel. Die Samsung Mail-App haben wir im Google Play Store gefunden. Andere Hersteller-Apps konnten wir jetzt bei Google Play nicht finden. Und ich habe mich dann auch noch ein bisschen umgeguckt auf den Test-Handys, die wir haben. Also wir haben ja eine ganze Reihe von Android-Geräten auch in der Redaktion rumliegen. Und da war nirgendwo mehr wirklich eine Hersteller-App von Sony oder so vorinstalliert, sondern tatsächlich scheint es so zu sein, dass Gmail diese Hersteller-Mail-Apps immer mehr ablöst. Wenn ihr da andere Erfahrungen habt, gebt gerne nochmal Bescheid. Wenn ihr wisst, wo man so eine App runterladen kann, liefern wir das auch gerne noch nach. Und es gibt noch zwei Apps, die sehr beliebt sind, die wir hier in unserer Testreihe jetzt aber nicht dabei hatten. Einmal Microsoft Office, also die E-Mail-App von Microsoft und Gmail. Das sind beides Apps, die auf unserem Test-System einfach nicht laufen. Das ist schade aber nicht zu ändern. Im Fall von Microsoft, ja, konnten wir nicht rausfinden, woran es liegt. Bei Gmail liegt es einfach daran, dass Google-Apps auf unserem Test-System nie sinnvoll analysierbar sind. Einfach weil Google und Android so nah zusammenarbeiten im Datenverkehr, dass man da den Wald vor lauter Google nicht mehr sieht. Zum Abschluss nochmal kurz zurück zu den Super-Mega-Krass-Frechen-Apps. Seit 2016 gilt in Russland die Regelung, dass Behörden ohne richterlichen Beschluss, also im Prinzip jederzeit, auf Kommunikationsdaten zugreifen können, die bei Firmen liegen. Also wenn man jetzt nach Russland einreist, könnte das durchaus Probleme geben, sei es jetzt politischer oder wirtschaftlicher Natur, wenn man solche E-Mail-Apps nutzt, auf die eben zugegriffen werden kann. Das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Wie immer gilt also, erst App checken, dann App installieren. Und dabei hilft euch unser App-Checker unter appcheck.mobilsicher.de. Wir sehen uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt schön sicher. Tschüss.